Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, vor Japan hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Dieses Beben hat anscheinend auch einen Tsunami ausgelöst mit einer Stärke von 7.1 und einer Tiefe von 25 Kilometern durchaus ein Beben, was gefährlich sein kann. Auch wenn die Stärke jetzt gar nicht so extrem aussieht mit 7.1, gibt es in der Nähe eben auch eine große Stadt und diese große Stadt war von den Erschütterungen auch am heftigsten betroffen. Das heißt also, hier sehen wir also die Einstufung der fühlbaren Erdbebenstärke. Das heißt also, wie wurde das Erdbeben dementsprechend auch gefüllt und da ist eben diese Stadt direkt mit dabei. Sollte jetzt tatsächlich ein Tsunami ausgelöst worden sein, würde das bedeuten, dass die Küstenregion hier auch betroffen ist. Die Wellenhöhe wird momentan anscheinend durch Bojen bestätigt mit einem Meter. Ein Meter mag sich jetzt nicht viel anhören, aber wir dürfen vergessen, zum einen, wenn eine Welle auf eine Küste auftritt, wird sie dann dementsprechend auch von den Wassermassen, die nachrücken, auch immer weiter ins Landesinnere geschoben. Und ein Meter, wie gesagt, hört sich nicht viel an, ist aber enorm, denn eine Tsunamiwelle ist etwas ganz anderes als eine normale Welle, die man zum Beispiel am Strand beobachten kann. Eine Tsunamiwelle ist einfach ein Meter Wand, was da auf dich zukommt. Und diese Ein-Meter-Wand kann ja nirgendwo hin. Das heißt also, teilweise kommt es dann zu Staueffekten, vor allem zum Beispiel beim Einzugsbereich von Flüssen und das führt natürlich zu einem extremen Anstieg, der auch über diese einen Meter hinausgehen kann, je nachdem, wie die Küstenregion dann auch aussieht und ob es sich hierbei zum Beispiel um eine Art Fjord handelt oder ob es eine gleichmäßige Küstenstruktur ist. Bis jetzt gibt es noch keine Meldungen über größere Schäden, aber dieses Beben war ordentlich und kann also durchaus Schäden verursacht haben. Aber da muss man noch ein bisschen warten. Momentan gibt es die ersten Meldungen auch in den Medien bezüglich eben dieses wahrscheinlichen Tsunamis, der hier ausgelöst wurde. Ja, Japan ist immer wieder betroffen von Beben und deswegen ist das jetzt nicht unbedingt irgendetwas Großartiges oder Besonderes. Aber es ist nun mal immer so, dass bei solchen Beben in Japan oder um Japan herum meistens, wenn zum Beispiel ein Beben in dieser Tiefe stattfindet, auch ein Tsunami ausgelöst wird. Das liegt eben an der besonderen geologischen Beschaffenheit des Untergrunds und dass sich diese Platten, die sich hier ineinander schieben, teilweise eben dann nach oben oder nach unten verschieben, wenn sie ineinander krachen sozusagen oder wenn dieser Druck, wenn die Druckentlastung dann stattfindet durch das Erdbeben. Und das führt dann eben zu einem schnellen Anstieg des Wassers innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, wird da einfach mal so einen Meter nach oben geschoben von dem Wasser. Ja, und das muss irgendwo hin. Das ist eben die Verdrängungsleistung, die hier erbracht wird. Und das kann nur in eine Richtung passieren, nach oben. Und da das eben so ist, wird dann eben dementsprechend auch eine Welle ausgelöst. Bei dem Tsunami, der damals ausgelöst wurde, hier im Norden Japans, war das ungleich stärker. Das heißt also, hier hatten wir über mehrere hundert Kilometer eine nach oben Bewegung oder eine Bewegung nach oben, eine nach oben Bewegung, auch ein gutes Deutsch, aber egal. Also die Bewegung nach oben in der größeren Platte. Das hat dann eben diesen enormen Tsunami ausgelöst, der teilweise 30 Meter Wellenhöhe hatte. Und das ist natürlich etwas noch wesentlich Schlimmeres. Aber Japan, ja, das muss man wissen, ist von Erdbeben betroffen. Ja, es gibt dort Tsunamis und ja, die können extrem sein. Wir hatten in den letzten Tagen im Übrigen auch noch ein interessantes Erdbebenereignis, welches immer noch stattfindet. Das ist hier in den USA. Das ist ein sogenannter Bebenschwarm, der hier stattfindet. Das heißt also, solche Beben gibt es natürlich auch. Die sind dann nicht so stark, aber sie sind in ihrer Häufigkeit dann eben auffällig. Und auch hier ist es interessant, im Weiteren dann herauszufinden, woran das jetzt genau liegt. Das ist natürlich hier auch eine besondere geologische Beschaffenheit des Untergrunds. Wir haben hier mehrere Faltenzonen, unter anderem auch große Bruchzonen. Das werdet ihr vielleicht kennen, das ist die San Andreas Spalte. Ja, das ist also eines der größten Gefahren, die überhaupt nur auftreten können, sollte da irgendwann mal ein größeres Erdbeben stattfinden. Und deswegen ist diese Verwerfung, also diese rote Linie, die ihr hier seht, auch immer wieder gut für Erdbeben. Und ja, da kann es natürlich auch zu größeren Erscheinungen kommen, wobei diese Schwarmbeben, die ihr jetzt hier momentan seht, tatsächlich relativ normal sind für dieses Gebiet. Momentan generell seismische Aktivität weltweit moderat. Ja, und auch nur deswegen, weil das Erdbeben in Japan jetzt stattgefunden hat. Ansonsten wäre man tatsächlich unterdurchschnittlich unterwegs momentan mit den Erdbeben, übrigens auch mit den Vulkanausbrüchen. Momentan ist ein bisschen Ruhe. Nicht verwirren lassen durch die Meldung zum Beispiel auch, ja, Ätna. Aber Ätna macht, was Ätna tut. Er tut nichts anderes. Also das ist ein Vulkan, der dauernd ausbricht. Und die momentane Eruptionsphase, die wir zum Beispiel beim Ätna beobachten können, ist nichts Besonderes. Es gibt auch keine Auffälligkeit. Ich lese es immer wieder in den Kommentaren. Weltweit viele Vulkane. Ja, nee. Also es ist unterdurchschnittlich. Immer noch. Wir haben ja Potenzial zumindest für 1500 Vulkane, die weltweit ausbrechen können, weil sie noch nicht ganz tot sind. Aber wir haben wesentlich mehr Vulkane, die schon erloschen sind. Und wenn die alle mal gleichzeitig in irgendeiner Form aktiv werden, dann könnt ihr mal über eine besondere vulkanische Aktivität fabulieren. Ansonsten haben wir momentan 34 aktive Vulkane weltweit. Und das ist wirklich gar nichts. Im Vergleich zu dem, was auf unserem Planeten schon passiert ist, mit großen vulkanischen Aktivitäten, die weit über das hinausgehen, was wir momentan beobachten können. Auch Stromboli, ja, einer der Vulkane, der immer aktiv ist, seht ihr selber. Auch hier eine Wolke, also eine Rauchwolke über dem Gipfel. Das ist also auch ein Vulkan, der ständig aktiv ist. Dass die beiden dann gleichzeitig aktiv waren, ja, Zufall. Ja, nichts Besonderes. Und dann haben wir ja noch unser Hauptthema, die flagräischen Felder. Aber hier ist es momentan auch relativ ruhig. Hier gibt es auch nichts zu berichten, was in irgendeiner Form gefährlich wäre. Ich habe zum Beispiel auch das letzte, letzte wissenschaftliche Analyse ein bisschen genauer durchgeschaut bezüglich auch der Bodenhebungsraten, die momentan hier stattfinden. Ist alles im moderaten Rahmen. Also keine Verschlechterung der Situation. Nichtsdestotrotz muss man hier immer mit Erdbeben rechnen. Ja, die sind aber dann meist vulkanischen Ursprungs, wenn sie in diesem Gebiet hier stattfinden. Und ab und zu tatsächlich auch tektonischen Ursprungs, wenn sie hier draußen stattfinden. Hier trifft die eurasische und die afrikanische Platte aufeinander. Da gibt es ein ziemliches Kuddelmuddel da unten. Und das ist deswegen auch so interessant an dieser Zone, weil wir zum einen eine riesengroße Magmakammer im Untergrund haben, die dieses Gebiet hier umfasst. Und am Rande dieser Kammer tatsächlich auch tektonische Abläufe stattfinden. Das heißt, also Platten schieben sich ineinander. Das heißt, es gibt hier unterschiedliche Arten von Beben. Zum einen das, was wir zum Beispiel in Japan gesehen haben, tektonisch. Das heißt, die Platten rumpeln da rum. Und ja, auch die vulkanischen Beben, die dann auch hier zu größeren Schäden führen können. Aber momentan Gott sei Dank nicht. Also die Hauptreisezeit hat sich die Phlegerellischen, oder haben sich die Phlegerellischen Felder dazu entschieden, keine Erdbeben zu verursachen. Ist ja auch nett, weil wir hatten ja vor der Hauptreisezeit tatsächlich ein paar größere Beben und deswegen auch die Verängstigung der Menschen dort. Aber momentan ist es relativ ruhig und es soll auch so bleiben. Am besten natürlich für immer, wird es aber wahrscheinlich nicht, weil wir hier tatsächlich einen Vulkan haben, ein Vulkansystem, welches gigantisch ist. Und irgendwann mal wird es ja tatsächlich mal wieder eine Vulkaneruption geben. Aber momentan schaut es zumindest nicht danach aus. Es gibt weltweit natürlich Aktivität, aber dieses Beben in Japan zum Beispiel, das ist etwas, was hier immer mal stattfinden kann und auch sehr oft stattfindet. Wir können ja ganz kurz mal eine Übersicht machen. Hier wollen wir ganz kurz mal gucken. Wo kann ich mir denn das angucken? Zum Beispiel die letzten 30 Tage Bebentätigkeit. Vielleicht sehen wir dann auch mal, ja, da seht ihr mal, wie viele Beben hier tatsächlich stattfinden. Natürlich, die meisten Beben sind unterhalb einer bestimmten Wahrnehmungsschwelle. Das heißt, was haben wir denn hier so? Vielleicht ein Fünfer? Das dürften wohl Fünfer sein, eine 4-9er zum Beispiel. Na gut, das kann man schon spüren, eine 4-9er. Aber die Japaner sind das gewohnt. Die meisten werden wohl auch bei einem 7.1er nicht in den Schwitzen kommen, sondern eher sagen, ach ja, mein Gott, schau mal, es wackelt ein bisschen. Die sind da relativ entspannt, was das angeht. Natürlich beim Beben von Stärke 9 ist keiner mehr entspannt. Und hier seht ihr den Vulkanindex weltweit die letzten 30 Tage. Das heißt also, ja, wir haben natürlich immer ein gewisses Grundrauschen. Das liegt einfach an der Geologie unseres Planeten, nämlich der Plattentektonik. Deswegen haben wir natürlich immer wieder Beben. Im Übrigen auch in den letzten Tagen hier, man warnt es, müsste eigentlich gestern gewesen sein, am 7.8. sogar ein Beben hier in Polen. 4.0, was auch spürbar war. Das hat man schon gespürt, dass da was bebt. Und dann, ja, hier in Italien eines der Beben, die jetzt in den letzten Tagen auch stattgefunden hat, eine 5.1, war auch deutlich zu spüren, aber auch hier ein sehr aktives Gebiet. Das heißt also, hier gibt es immer wieder Beben der Stärke 5 und deswegen auch nichts Besonderes. Aber 5.1 ist dann schon ein Beben, auch in einer Tiefe von 25.7, wo dann an der Oberfläche tatsächlich Schäden entstehen können. Da kannst du dann schon mal deinen Dachsturz verschieben. Und das ist das Thema. Aber in einer bestimmten Größe der Energie, die dort frei wird, breitet sich das im Gestein aus. Es ist eine Schallwelle im Gestein. Und wenn die dann die Oberfläche erreicht, dann wackeln eben Gebäude. Und je stärker die Energie ist, und die wird eben mit M5.1 angegeben oder mit M2.0, je höher diese Energie ist, desto stärker sind dann die Schäden an der Oberfläche. Drum wäre jetzt zum Beispiel ein Beben, so wie es in Japan zum Beispiel stattgefunden hat, mit 7.1 hier katastrophal. Das heißt also, da wäre ein sehr großes Gebiet betroffen und es gäbe auch sehr, sehr viele Schäden und wahrscheinlich auch Todesopfer. Während das in Japan aufgrund auch der Bauweise der Gebäude größtenteils verhindert werden kann, ist es in Europa so, auch in Italien, dass teilweise die Gebäude eben nicht erbebensicher gebaut sind. Und das kann dann dazu führen, dass Gebäude einstürzen und das führt dann natürlich zu katastrophalen Verhältnissen. So, mein Lieben, das war es mit dem Update Japan und noch eine Geschichte außenrum. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017